Hallo, Das Problem mit dem Pilz hatten viele. Hatten alle. Und darum hat der Entwickler geschrieben Man muss Z Zrücken An Türen muss man Z drücken. An der Tür muss man Z drücken, wenn der Pilz kommt, wenn er kommt. Z. No. Also an einer Tür muss, entweder an der linken Tür oder an der rechten Tür oder an beiden Tür muss man Z dann drücken. Wunderbar, jetzt sucht er es raus, ne? Ey, 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 ey! No, no. Da kommt er schon, da kommt er schon. Ich glaube Toadie heißt er, Toadie? Oder so, ich weiß es nicht. Ich nenne den Baby Mushroom. Baby, ich nenne den Baby, den Toadie. No. Da könnte es natürlich stressig werden, ne? Wenn er sich verkrübelt hier, ne? Der kleine Hund. Ich glaube, er ist schon wieder da. Ich glaube, er hat sich wieder zurück. Wir haben es gepackt. Wir haben es gepackt! Wir bleiben im Geschäft! Blöde, es geht... Ross, die von Trost hegen! Man kann durch den Monitor auch die Tür machen, das ist schon mal gut, glaube ich. Ist das? Toadie! Mario! Der war einmal ein Pilz oder der Babymarsherum im Auge, ja. Aha! Er war hinter dieser Tür! Hehehehe! Seht ihr, die Tür ist schon wieder zu! Er ist schon wieder zurück! Oh! Macht er! Oh! 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 Das kann der Stressfaktor hochziehen, verstehst? Ich möchte hier nicht den Mario verlieren, ne? Ah, das ist ja ganz schön hier, harte Arbeit hier an der dritten Nacht! Ich liebe dich! that was ich machst! Das ist jetzt nicht so aus! Ich liebe dich! Nu, ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe mich! Hey, die Toadie im Auge bleiben! Ja! Nein. Kommt her, kommt her, kommt her. Kommt her, kommt her. Kommt her. Could man stumbling her? She's driving her, she's driving. Nein... What? Fühlt er mich fast? Fühlt er mich fast? Ich glaube er packt fest oder so. Weil er steht ja noch da, ne? Er steht ja... Er steht ja noch hier! Ich bin seriös. Er steht... Ich glaube er hängt einfach nur da und macht nichts mehr. Hehehehe! Jetzt bringt das nicht mehr eine Tolle. Nice. AAAAAAAAHHH!! WHAT?! Er... Es war 5! Wir waren kurz vor am Ende. Du.... N south! NÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Lelige, es war die Sauber! Jetzt werde ich sauer. Ich bin ein bisschen angry, ne? Mann! So schnell? Ah, ja, ja, nee! Es war... Es war... Es war... Es war... Es war... Es war 5 Uhr. 5 Uhr. Sechseinhalb Minuten für... Für'n Arsch. Versteh's? Arsch, Arsch, Arsch! Weil die ganze Zeit kommt er nicht, und dann kommt er dem... Doof-Wurm-Dur. Dumm-Badzu. So schnell ist kein Mensch hier. Versteh's? Hä? Ei, ei, nee. Ei, ei, weiß... Na, nö. Sowas ärgert mich, wisse? Weil ich leicht, leicht aggressiver, aggressiver... Nein! Nein! Spaß! Aber das hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Nein! Steuerung für Licht? Auf! Merde! Arsch! 2 Uhr! 2 Uhr! Halte mal! 1 Uhr! Geh mal Brian... Aaaaaah! No. Z... Z like that. Z like that. Bei dem muss ich halt irgendeinen hier... Halt Schmaul! 3 Uhr. 3 A.M. Guck mit, du Arsch! Heila, komm mit! Banan! Ich glaube, er kommt nur links. 4 A.M. Ich glaube, er kommt nur links. Ich hoffe es halt, Leute. Bitte lassen wir den Mario hüpfen. Schnauze! Schnauze! Weil der Mario ist ja noch da. Es war 5 Uhr, Leute. 4 A.M. 4 A.M. Ich spiel zu lang, bis es nicht mehr geht, ja. Ich spiel zu lang, bis es nicht mehr geht, ja. Cool. 5 A.M. 4 A.M. 5 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 A.M. STRIKE! Wir haben einen Stern! Wo ist Night 4? I miss Night 4! 7 Coins? Only the Penguin appears in Night 2, and the other will appear in Cartwright. Posted by the Foodman! Wo ist Night 4? Wo ist Night 4? Oh, adieu! O. Two. Duh. Duh. Nice! Ja, Freunde! Die Nacht 4 gibt's einfach nicht! Ich weiß nicht warum! Warum? Das war... Wenn wir... Ich überlege, ich weiter spiele. Night's Wars AAA Part AAA. Ich werde es weiter spielen und ich finde es einfach nur krass. Wenigstens haben wir es überlebt mit einem Stern. Verstehst du? Und wir haben jetzt mehr in der Office. Lass mich überraschen, wie es aussieht. Ich bedanke mich natürlich bei Fursusehen. Wird mich freuen, wenn ihr euch wieder einschalten werdet auf dem großen Kanal. Bitte bewerdet auch dieses Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch gerne abhofft haben oder was könnt ihr drücken. Press den Hitbutton zu Subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Enjoy life. Habt Spaß miteinander verhause. Bis zum nächsten Mal. Ich sag tschö mit den Hütten. Fingern nicht an uns. Euer lustiger Wettner. Thank you. Goodbye. Good night. See you next. Bye. Bye. Ei, ei, ei.